Aber wieder live runter zu Lukas Mijota. Letzte Chance. 2,20. Das wäre eine sehr ordentliche Siegerhöhe. Und der sah sehr gut aus bei den beiden Versuchen. Und jetzt geht er drüber. So sieht das aus. Für den Rückwärtssalto gibt es auch eine mittelgute B-Note. Untertitelung des ZDF für funk, 2017